So, hallo Leute! Und zwar sind wir heute mit Elisha Outenhold unterwegs. Ich grüße dich ganz herzlich und dann gehen wir mal zum Championat, denn wir machen heute das Monatschampionat. Diesmal habe ich keine große Grüße-Liste, da ich heute nicht so viel Zeit hatte. Und wir gehen aber mit noch jemandem, also zum Championat, aber die steht halt da schon. Und wir beeinflussen sie mal in... So. Und stopp. Und zwar, warte, wer war das? Ich guck mal kurz. Die Jenny Spider-House. Wir suchen die mal kurz. Wo ist sie denn? Ähm, äh, 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 la, 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 ha, la, ha, ha. Ich finde sie mal kurz und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ähm, die Jenny Spider-House kommt gleich und wie gesagt, ich grüße Jenny Spider-House. Haus oder Haus. Und Lich Out and Hope. Ich hab euch ganz, ganz verliebt und natürlich auch meine ganzen anderen Freunde. Soll ich sie mal aufsagen? Ähm, okay, sag ich sie mal auf. Ähm, und zwar ist das die Shira Crazy Polos. Ich hab dich auch ganz so lieb und grüße dich ganz herzlich. Ähm, dann die Veronika Wolfhunter. Ähm, dich grüße ich auch ganz herzlich. Also das sind jetzt einfach meine Freunde, die online sind. Ähm, dann Karen Starfeather. Feather, dich grüße ich auch ganz, ganz herzlich. Ähm, dann Christina. Like Night, Night Night Cape, Keep, Keep, Cup, Keine Ahnung. Dann Hannah Summergrove, dann Liv Ravenbridge, dann Jenny Spider-House, Alicia Autumn Hope. Weißt du, was losgeht? Was? Hat sie geschrieben. Egal. Ähm, können wir das schon annehmen? Oh, nein, oh Gott. Der Namensknüppel. Oh, ich freu mich so und ich hab euch alle ganz so lieb. Warte, ich umarmen sie mal. Nein, machen. Umarmen. Oh Gott, ich bin im Moment so bescheuert. Ach so, und wenn ihr wolltet, ich quäste, mache ich vielleicht, dann könnt ihr das auch gerne schreiben. Und, ah da, Umarmung. Ah, ich glaub, da ist die. Nein. Dalka Beatser Road. Hallo. Hallo. Sagt halt zu YouTube. Oh, eine Frage, Anfrage, eine Frage. Eine Anfrage. Okay, wir können uns anmelden. Das mache ich jetzt das erste Mal mit euch. Und die Dalka Beatser ist jetzt meine Freundin. Vor, ich auch, oder vor, was? Ja, genau. Äh, ja. Genau. Und diese Schleifen kann man gewinnen. Und wenn man verliert, dann den Trost beißt. Ich hoffe, wir gewinnen mal heute was. Denn, wie gesagt, alle Pferde von mir sollen Schleifen haben. Und ich muss mal kurz gucken, wo meine Freundin bleibt. Okay. Wir stehen hier wieder. Und dann guck ich mal, wo meine Freundin bleibt. Warte, das war Jenny, ne? Jo. Schnell komm, du musst dich noch anmelden. So. Ja. Genau. Ja komm, wir gehen da ein bisschen rum. Hallo. Will ich hier atmen? Weil die Werbung sagt auch nochmal Hi zu YouTube. Oh, wer kommt da mal angeflogen? Ui. Utsch. Oh. Die fliegt aber ganz schön. Oh nein, die hat einen Back. Freund, Jenny hab ich. Also Jenny hat gemacht. Alicia steht neben mir. Okay, wo ist denn Jenny jetzt? Ich weiß es nicht. Theresa Wizard steht hier noch. Samantha. Es. Es. Oax. Mit. Mit. Ihr könnt das besser lesen, als ich, denk mal. Ja. Gut. Dann gehen wir jetzt einfach mal ein bisschen rum. und zeigern euch mal die Leute Werbung, Werbung, Werbung für die Leute. Achso, meine Freunde sind alle ganz lieb und nett und oh. Oh, ich mag sie alle sehr gerne. Und ja, ihr könnt ihnen ja mal Anfragen schicken. Und ich bin auf dem vierten Server, Server, Server und ja, weil mich da schon viele Fragen drauf. Ja, genau. Okay, nein, das ist ein Packet, das machen wir nicht. Und ja, genau, irgendwie, ja, genau. Und wie gesagt, ich bin heute auf Rose Friends unterwegs und ja. Und irgendwie ist Alicia Atom Hope jetzt auf ihrem Anfangsfeld unterwegs. Ähm, mal gucken, wie das heißt. Ich hoffe, es ist eigentlich interessant. Yabel Princess. Yabel Princess, aha. Das ist ein schöner Name. Ui, sie knuddeln. Oh, ja, dich lieb. Oh, knuddeli. Ja, ich will nicht knuddeln. Oh, das sieht süß aus. Äh, naja, nicht, wenn die backen. Aber okay, dann nehmen wir es gleich wieder, wenn die Gruppen zusammengestellt sind. Ich hoffe ehrlich, ja. Ist auch in meiner Gruppe. Bitte. Komm schon. Wir haben doch beide bitte kein ausgeleveltes Pferd, oder? Wir haben doch beide bitte kein ausgeleveltes Pferd, oder? Oh, ihr Pferd ist Level 12. Okay, ein Level höher ist jetzt auch nicht so schlimm, hoffentlich. Oh, nein, bleib bei mir. Okay, wenn so zwei Sekunden sind, dann mach ich wieder an. Dann könnt ihr sehen, ob sie verschwindet oder nicht. So, die Gruppen werden zusammengestellt. Oh, nein, bleib bei mir. Oh, mein Gott, mein Gott. Ähm. Wirkle. Und sie ist weg. Viel Spaß. Ähm. Ja. Naja, okay. Und zwar sind dabei die... Achso, ich bin in Gruppe 5. Und zwar ist dabei die Annie Grace Camp, die Sophia Pinkfear, die Vanessa Windfear, die Mia Windstorm. Oh Gott, es gibt so viele mit Wind. Anja Wind, Wind? Anja Sche... Äh, Scheidotter. Sarah Springpear, Nicole Sungwolf, Sungwolf, Lisa Switch-Formann-Train, Madison Oakleff. Ich grüße euch. Mein Deutsch, ey. Alter Schwester. Naja, eigentlich sind das keine deutschen Namen, okay. Ähm. Das sind eigentliche Namen. Also, naja, außer die Vornamen. Okay, das sind aus allen Sprachen, ey. Ähm, und wir sehen hier, Leute, Leute, da. Okay, Nicole, was machst du da vorne? Nicole Sungwolf, was machst du da vorne? Aha. Egal. Ähm. Ja, Leute, ich bin so aufgeregt. So, meine Beine zittern. Mein Körper zittert, oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, es geht gleich los. Ich hab gar keine Chancen. Es geht los. Und los. Lauf! Lauf, meine kleine Maus! Oh Gott, wie sich das anhört. Ja, Schnuckelpiepsi! Du schaffst es, du kleine Mibi-Mausi! Ja, Mausi! Wir schaffen das! Oh nein, wir sehen uns ja gar nicht. Oh nein, ich seh dich nicht. Oh nein! Da muss man abspringen. Okay, oh mein Gott, ich seh nicht hier. Ich seh nichts, ich seh nichts! Wow! Glatte, glatte Sprung-Technik. Echt. Oh, 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 oh. Oh Gott, nee, das wird nix mit den ersten Plätzen. Aber okay. Nee, ich glaub, wir sind auch zu langsam. Komm, weiter! Lauf vorwärts! Lauf, Kleiner! Aber wir haben nicht großartig gefailt. Wir haben eigentlich gar nicht gefailt. Hoffentlich. Lisa, kannst du bitte weggehen? Entweder vor mich oder hinter mich. Oh Gott. Ich kann sonst nichts sehen. Also doch, schon was... Oh, wir sind zweiter Platz! Nein, nicht langsamer werden. Lauf! Lauf! Kleine Maus, bloß nicht fehlen. Bitte nicht. Oh mein Gott, Leute, wir sind zweiter Platz! Ach, wie ist das? Warte, Junge! Oh, alles gut. Alles gut, Christina. Wir sind zweiter Platz. Juck, 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 juck. Lauf! Boah, wie geil ist das denn? Mein Ponychen hat jetzt eine Schleiche. Oh Gott. Das Championat wird mit Diamond Beauty stattfinden. Ich hasse dieses Pony. Färs. Okay, nein, ich hasse sie nicht. Aber irgendwie... Na, was soll ich sagen? Sie ist kompliziert. Sagen wir so. Sie ist sehr kompliziert, finde ich. Sie ist ja ein Kaltbüter. Zweiter Platz, Leute! So, 18. Platz, Anni Grace Camp. 17. Platz, Lila High Sister. 16. Platz, Vanessa Windfiel. 15. Platz, Lila Switch from Monttrain. 14. Platz, Caitlin Sweetbook. 13. Platz, Mia Windstorm. 12. Platz, Celine Haykamp. 11. Platz, Shinstil Eppliser. 10. Platz, Kate Summerwood. 9. Platz, Daisy Springwood. 8. Platz, Stephanie Greyberg. 7. Platz, Anja Skydorter. 6. Platz, Madison Orkley Cleave. 5. Platz, Sophia Pinkfield. 4. Platz, Nicole Sungrove. 3. Platz, Sarah Springfield. 2. Platz, Evangelina Fastwell. 1. Platz, Emma Blueberry Graydon. So, ab da hin, denn wir müssen uns... Ups. Oh, wo sind wir? Nein, wir müssen uns ein bisschen sprinten. Oh, mir ist schlecht. Mir ist so schlecht. Oh, zu viel. Ich wollte... Wow. Sorry für den... Ne, jetzt hör auf. Komm. Rechts, links. So. Dankeschön. Löschen. So. Schleife, Gepär. Ja. So, da haben wir die Schleife. Silber und... Tschüss, bis zum nächsten Mal.